Ja hallo und willkommen zu Brück bei einer neuen Folge Das Analyse in Tail. Ja wie ihr seht stehe ich immer noch an dieser Stelle. Scheinbar fehlt mir da doch noch das nötige Item, um da in diesen Geheimgang reinzukommen. Ich erinnere mich noch an eine rote Kugel, die man hat. Ich kann mich aber nicht mehr entsinnen, wo es die gibt, aber ich bin sicher, die werde ich noch finden. Auch in der Zeit, wir haben ja noch einiges vor. Oh, gebt kein euer Geld. Überall Lawinen gefahren hier ist es ja. Oh, meine Kiste ist. Ach, sag mal, was mache ich denn jetzt hier? Oh, ein Anhänger? Nein, ein Anhänger, der Simp, den habe ich ja schon. Ja, easy. Riesenbaby. Keine Chance. Keine Chance. Was ist denn hier? Ach so, da geht es gar nicht weiter. Ah, okay. So war das. So, hier nochmal genau das gleiche. Oh, Sekunde, da gab es doch gerade, ja. Was war denn das? War das hier? Ja. Oh, das lohnt sich. Okay, da fehlt mir eine davon. Das habe ich alles. Das passt. Das heißt, sobald ich den nächsten Händler finde, werde ich mir das wahrscheinlich holen können. Ich denke mal, dass dann die... ...Läden eigentlich wieder aufgefüllt sein müssen. Oh, Geburtstagskuchen. Lecker Kuchen. Okay. Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. ...und ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. 1A. Okay, hier ist wieder ein Schatz. Oh. Au. Ha, Sachen mit Geduld. Hoffentlich finde ich meine Größe stark. Da ist kein Schlüssel. Da. Au. Das war jetzt clever. Ah, da ist noch einer. Das war jetzt zufällig. Ich dachte eigentlich, dass es rechts weitergeht, wo das tut es gar nicht. Boah. Boah, ich hasse solche Passagen. Das gehört nicht gerade zu meinen Stärken. Ah, nicht gut. Sehr schön. Oh. Ja, was soll denn der Mist, der Lecko-Mio? So. Au. Der ist ja nice. Da fehlt mir aber alles zu. Na gut, ich nehme den Speeder vom Rückweg. Au, ich habe hier alles geprüft. Das ist sehr schön. Na gut, dann muss ich jetzt hier aufs neue Taxi warten. Boah, sag mal, wie viel fällt denn da runter? So, jetzt kann ich wenigstens ganz entspannt hier durch. Jetzt wo keine Monster mehr da sind. Alles gecleared. Kann ich auch nicht auf der Seite hoch? Ah ja, okay. Dann hier rüber und da, wo ist es sehr schön. Und hier ist es, oh, hier ist auch wieder was. So, die Frage ist es oben oder ist es oben? Ich nehme einfach mal die Plattform hier. Guck mal hier oben. Okay. Oh, ist ja gemein. Hier braucht man eine Bombe. Ja, das war jetzt... Das war jetzt Genius. Und damit hätte ich mich bei einer selber in die Luft gejagt. Ah, okay. Ich sehe schon. So, oh, das war okay. Das war einfach, als ich dachte. Auch wenn ich da erstmal unten richtig schön in die Spikes reingejumpen bin. Ich weiß nicht, wo geht das denn? Achso, jetzt geht es hier einfach weiter. Kann man hier eigentlich irgendwo... Ich weiß das gar nicht mehr. Okay. Also, die Bombe nehme ich jetzt nicht die ganze Zeit mit. Auch wenn man da hinten eine braucht. Dazu gucke ich mir das hier erst einmal an. Wo? Mann, das müsste das sein. Und dann mit dir. Meine Plattform. Darfst du dir wo gehen? Nein, jetzt nicht mehr. Wo? Nicht nett. Boah, wie soll man die Bombe denn hier hochkriegen, bitte? Boah, was hat das denn? Ach, ich habe dagegen geschlagen. Ich dachte, ich treffe den Wolf. Okay. Ja, geil. Na gut, dann probier ich das mal ab, wohl. Nee, okay. Die Bombe hier hochzupfen. Ich frag mich, wozu die Plattformen da sind. Vielleicht nur, damit man mal hochkriegen konnte. Was? Da springt der mir in die Bombe rein, der Idiot. Die da hochzukriegen, das wird gar nicht so einfach werden. Komm rüber, du blödes Ding. Komm rüber. Das war knapp. Okay. Ja, diese eine engelische Passage da. Das ist natürlich eine blöde Stelle. Was würde ich noch haben? Ja, ups. Das ist ja wenigstens was Schönes drin. Naja, okay. Oh, was? Meisterin der Konzentration. Oh! Jetzt nur die Frage, welchen... Acht Trecken, zehn Verteidigung. Ich glaube, ich werde den da eintauschen. Zack. Sehr schön. Ist der... Nee, okay. Also den Ring brauche ich jetzt den neuesten und den brauche ich doch nicht herstellen. Der ist nämlich jetzt nicht mehr besser. Was ist das, was ich hatte? Ah, Schneesturm, verdammt! Boah, Alter, hier kommt mir ja kaum vorwärts. Irgendwas sagt man, dass ich hier oben rüben muss. Ja. So. Boah, Leute! Ich würde sagen, erst mal über die fragile Brücke. Kämpfen kann man dann immer noch. Boah, kann ich mal einer den Wirt abstellen? Alter, Schwäne. Au. Boah. Äh, da bin ich jetzt gerade übelst durchgespeedet. Ohne groß zu wissen wie. Hier nach oben. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein Secret. Auch wenn ich ehrlich geschehen muss, dass ich hier nicht so viel sehe. Boah, da ich hier den Schneesturm sieht man auch gar nicht so viel. Oh, ich dachte eben da war was. Oh, ich dachte eben da war was. Ah, das ist die. So, dann lass doch mal gucken. Dann lass doch mal gucken. Okay. So, der Anhänger. Der Anhänger. Ne. Da fehlt mir von dem anderen auf jeden Fall noch was. Den kann ich leider nicht herstellen. Nein. Das, den kann ich herstellen. Das, den kann ich herstellen. Ich werde gleich ausrüsten. Boah, 300 mehr Pidget. Nice, nice. Der Schneeanzug. Da fehlen mir drei davon und sechs davon. Ah, da fand ich noch welche. Ich kaufe mir eben zehn. Den letzten davon. Sehr schön. Aber irgendwas ist hier noch. Vielleicht hier unten noch irgendwas. Oder muss ich jetzt den ganzen Weg erstmal wieder hochrennen. Ah, da ist die Tür. Sehr schön. Oh, wo ist mein Dach? Bergsteigerausrüstung. Oh, die ist sogar noch besser. Oh, da habe ich sogar alles von bis auf das erste. Oh, gut. Dann kann ich mir ja den Schneeanzug ja sparen. Gut. Das ist gut, das ist gut. Dann spare ich mir schon mal den Schneeanzug. Ach. Was denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das kleine Spidi-Ding da war. Ah, verdammt. Daneben. Oder ist das einfach nur mal als Zwischenplattform? Das ist eine Idee sein können, dass das auch noch irgendwo hinführt. Sehr schön. Dann kannst du ja weitergehen. Oh Gott. So ein Bergaufstieg ist gar nicht so einfach. Okay, erinnert sich an eine Straße, die hier war. Das ist interessant. So, so, wenn das sich an diesen Ort erinnert. Halt! Was? Nein, unmöglich! Cassius! Was hast du mich an? Wer bist du? Was machst du in diesem Ort? Du, du warst! Nein, nein, das ist nicht möglich. Ich weiß nicht, was du bist, aber du wirst nicht näher kommen! Kill das Ding! Woah! Woah! Woah, shit! Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Woah! Ja, ich... Was? Nein! Oh, Sekunde! Ich glaube, ich habe gerade den falschen Stand geladen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht... Genau, den da oben. Die automatische Speicherung. Ich werde jetzt... Ja, die Hühnchen, die bringst du einfach nicht mehr. Ich brauche die... Ich brauche was stärkeres. Wir haben die gebracht, 80. Dann nehme ich jetzt mal den Anfang. Yo, die Gegner gerade waren stark. Ich bin mutter. Ich bin mutter. Ich bin mutter. Ich bin mutter. Deine Trends. Danke. Sicher ist sicher. Ja, die kannten uns. Sie nannten uns Cassius. Ja, sie nannten uns Cassius. Schauen wir mal, kennen sie uns. Aber Cassius soll tot sein. Wer sind wir dann? Schau! Apehead! A village! All the way up here? Do you think it's that moonblood camp, Cain was talking about? No, it's something else. It's... enough talking. Let's get up there. So, ja, dann... nochmal auf ins Gefecht. Halt! What? No. Impossible. Cassius! What did you call me? Who are you? What are you doing in this place? You... You were dead. No. No. This is not possible. I don't know what demon you are. But you will not step any closer. Kill this! Thing! Ah shit. Woah. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Hm. Hm. Why... Why destroy such a peaceful place? We didn't want any of this. Gus? What are you talking about? And... Who is Cassius? That's not... It's not in my name. I remember it. I knew it when I heard it. Yeah. Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen. Die Folge ist dann etwas kürzer als die anderen. Der Grund ist einfach, wenn ich mich jetzt recht entsinne, kommt gleich eine ganze Menge Story und Dialog. Und dann wäre die Folge länger als die anderen. Mal gucken. Vielleicht mache ich die nächste Folge dafür ein paar Minuten länger. Ja. Wir haben jetzt eine ganze Menge mitgekriegt. Ähm. Dann... Wir haben... Leute von General Gaius getroffen. Die uns Cassius nannten. Und ich denke mal, was es mit Cassius auf sich hat, erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Bis dann! Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüss! Tschüss! Praise God!